Heute ist wieder Tschakka! Hallo und guten Tag! Heute gibt es wieder Motivation am Montag. Du bist gut so, wie du bist. Diesen Satz habe ich von Trainer Christian Bischoff. Und du bist gut so, wie du bist. Wenn du diesen Satz, du bist gut so, wie du bist, nicht als allererstes verinnerlicht hast, nützen diese ganzen anderen Zitate, Sinnsprüche, Motivationsgelaber, zählt dann überhaupt nichts. Du bist gut so, wie du bist. Erst wenn du das tief verinnerlicht hast und fühlen kannst und das auch jeden Tag mit dir herumträgst und es wirklich fühlst, erst dann kann meiner Meinung nach Veränderung beginnen. Wusstest du schon, dass du gut so bist, wie du bist? Einfach mal ausprobieren. Tschüss, bis morgen.